Und wieder eine Karte bei Tag. Nacht ist ja nicht mehr. Und damit halt oderseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Schließfächer. Die Mitspieler sind auch sehr unentschlossen. Können die nicht in TS gehen? Warum müssen die sich schreiben? Hier steht nichts von der Feuermodus. Mit Feuermodus habe ich nicht zugewiesen. Also kannst du mit Kali nicht den dicken Zoom machen oder mit Sophia? Wo? Hä? Wer sich zugewiesen ist? Eine andere Taste. Ich weiß nicht, wer ich, aber es geht. Tastenkombination Alt F4. Reicht. Reicht. Was die Grabschraub zumacht. So viel schneller ist die gar nicht. Ich gucke immer noch mal nach, was die zumacht. Gut, Gang ist zu. Noch fünf Sekunden. Reicht. Standort des Bio-Befahrguts behält das unbekannt. Weiter hin absichern. Wechsle Magazine. Barrikade steht. Kacke. Ich muss hier rein. Ich muss hier noch was platzieren. Mist. Das ist gut. Jetzt schießen die gleich schon tief in die Arsche rein. In diesem Bereich ist bei der AVS aktiv. Au, 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 au. Achso, Kite-Laur da hinten. So, noch eine Wansch. Und direkt. Ich bin kalt noch. Ja. Ach, ich hätte die Luke Fahrstuhl zu machen können. Kann man Luke Fahrstuhl zu? Oh, Luke Fahrstuhl. Der Feind wird gleich das Gebiet scannen. Dann lade ich halt nach. Du bist im Serverraum? Ja. Also kurz davor. Na, ich bin hier im Zwischengang. Im sicheren Gang bin ich. Dann kann ja gar nichts passieren. Ich guck mal Richtung Serverraum. Ich hab hier ein Mira-Fennseite. Ich kann da noch hingucken. Achso. Dann guck ich mal Kameras. Und Kavera ist auch noch im Serverraum selbst. Na ja, fliegt eine Drohne rein. Mist, wo ist die hin? Treppe ist auf jeden Fall jemand. Gelber Ping. Aber ich sehe deinen Ping immer nur noch auf dem Kompass. Hm. Oh, die haben Carly. Carly mit Schalldämpfer? Nee, nee. Noch ein Feuerfall. Die haben Kapital. Auf jeden Fall. Feindliche Drohne nähert sich. Ich starte die Uhr. Kapital immer noch Treppe. Ja. Carly mit Schalldämpfer. Wie war? Aua. Halt nicht. Hihihi. Ich guck da... Ja. Jawoll. Verteidigungssystem. Wir sind eigentlich ganz gut aufgeteilt hier, da wo er stehen soll. Muss. Und nochmal, sie hat nichts mehr. Hä, was? Ne, ne, Besprechungsraum ist der Kollege. Ah, da ist glaube ich auch Kali. Ja, was ist hier? Die Drohne zum Scannen unterwegs. Nur noch 15 Sekunden. Kommt noch Zeit. Äh, Besprechungsraum lebt. Ach gut. Piu, piu, piu. Oh, schade. Mein Kiel wird nicht geklappt haben. Zugleich haben wir... Ok. Schade da unten. Muss man das denn irgendwo einstellen, dass man den Ping wieder sieht? Hm, ich komm da jetzt bestimmt nicht hin. Ach, ich... Boah. Das kannst du wirklich einstellen, ob du den siehst oder nicht. Und ich dachte, das wäre unten... Ich glaube, ich hatte den auch mal aus. Zu Beginn. Weil ich habe unten links immer seit geraumer Zeit diese Anstieg... Von GeForce. Ja, das dachte ich anfangs auch, dass das mit Ping gemeint ist, aber das ist dieses gelbe Markierungsding. Was ist denn letztens mal ausgestellt? Das gehen die beide hier hoch. Krasser Scheiß. Ach, der macht... Aufzug zu. Nachladen! Aber das ist... Aber jetzt habe ich... Ich ping jetzt mal. Ja, jetzt kann ich... Du hast gepinkt. Nachladen! Ich bin noch. Die Gegner haben im Bio-Gefahrgut-Gehälter lokalisiert. HV1-Greifen. Ich habe jetzt diese Anzeige auch nicht mehr... Äh... Der war... Ich glaube, das war Fuse. Platziere mein böses Auge! Das ist dann. Ich glaube, das war Fuse. Eine Drohne... Tunnel... Server... Server Kapital. Letzter verbleibender Gegner. Da feuerts ja noch. Aber der hat keine... Nicht aufmachen, du Kackarsch. Wenn er nicht schon tot ist jetzt. Lade nach! Der Typ, der down so will, schreibt, der nervt. Was ballert denn? Mann... Spre ich den aus. Zugang verbarrikadiert! Lade nach! Nicht, dass der jetzt nach Garage ankommt. Na eben, ich... Ich gucke da gerade mit dem bösen Auge rein. Vigil... Vigil und Carrera beschießen sich gegenseitig. Backabschraub wundert mich das nicht. Wobei... Kärchenmann war das da. Garage ist der Garage. Er ist hinten links in der Ecke. Ich markieren gleich, wenn ich ihn markieren darf. Ja. Der Glatz. Jetzt... Komm, schieß auf das böse Auge. Ach, der Typ schon wieder... Jetzt macht er das auch noch auf. Damit er hier schön rein kann. Einmal auf Glas ballern will ich. Komm schon. Glatz. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so weit geht. Jetzt sterben sie alle wie die Fliegen. Ey! Vor allem hinten. War bestimmt schon drei Jahre markiert. Ich muss mal gucken an der neue und weiß, ob da auch noch die Anzeigen ist von... Ping... Ping-ing. Die Lösung ist manchmal so einfach. Und Schuld ist immer Ubisoft. Weiß sowieso nicht, warum man das an- und ausscheidbar machen kann. Äh, an- und ausscheidbar machen kann. Damit man von den Mitspielern nicht genervt wird, die das hier nicht benutzen. Den Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters finden. Dafür kann man sich die ganzen Texte nicht ausblenden. Chat-Nachrichten oder hier... Kampf-Auge sperrt wieder irgendwas. Ja, aber indem wir einzeln zu ihrer Partie den Mist anklickst. Das nervt. Tachanka. Da hutscht er da rum. Ah, die machen die Luken zu. Gut gemacht. Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Einfaches Elchen. Er momentiert ja wohl, dass Tachanka sein Tourette verliert. Aha. Dann ist er gar nicht mehr Tachanka. Halibi. Und dafür gibt man ihm zwei Fäderhand ein. Noch fünf Sekunden. Eck mit der... Kampf-Flagge. Jetzt spielen wir... Ein Behälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Drohner aktiviert. Ja... Oben ist einer. Ja... Abstairs. Kein Piepen mehr. Goyo ist im Eimer. Goyo ist im Eimer. Weißt du, wer oben war? Äh... Bei mir piekt das wieder. Borden war es. Okay. Cap Carmina ging hoch. Hinten beim Aufzug hockt, der Tachanka. Der ist sehr, sehr... Der ist sehr, sehr... Der ist sehr... Der ist sehr... Der Tachanka hält gewählt, ja. Das ist eine Hälfte zu. Das ist eine Hälfte zu. Hm... Komm ich leider nicht ran. Thermoladung in Position. Ich könnte hoffen, dass mein Geschoss da durchkommt, aber das war es dann auch schon. Aua, Aua, Aua. Das war zerstört. Das Geschitz kann man damit vielleicht nicht kaputt machen. 1-10 noch. Nein! Oh, toll. Komm runter! Äh... Hinten ist geschützt. Das sterbe ich sofort. Hinten runter. Die Lücke dauert noch ein Stück. Die Lücke? Die eine Lücke, die andere Lücke. Na, wenn ich die spreng, ist das echt kaputt. Dauert noch ein Stück. Schön überleben. Wird alles wieder... Oh, jetzt kommt jemand zu uns. Es tappelt. Ah, ein Bio-Gefahrgutbehälter sicher. Traces Thermoladung. Ja, Treppenhaus ist jemand. Treppenhaus. Mir ist Treppenhaus auf jeden Fall. 15 Sekunden. Eigener Druckartgegner elektronisch. Passt du durch? Ja, cool. Ja. Genau richtig gekauft. Richtiger Höhe. Piu. Piu. Raps draußen. Piu. Raps draußen. Zerschießen. Zerschießen. Von Tachanka. Aber... Habe nicht hingeguckt, ob das Ding kaputt gegangen ist. Aber das Teil stand glaube ich auch rechts. Irgendwas stand rechts. Das muss ich mir nochmal angucken. Aber bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss tschüss. Raps. 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 Raps.